Warum möchte ich diese Töte-Töte-Universität studieren? Nicht damit anfangen, sonst wird das nichts. Wie dann? Und dann! Und das lernt man jetzt so im Studium? Ja, Herr Halb? Hallo! Hier sehen Sie alle Kakteen-Aufkleber, die Sie vielleicht bestellen wollen. Und mit dem Weißlichtscanner kann man besonders gut ... Was hat ich hier? Prinzip 3-Gefekt? Nee. Da darf ich hoch auflösen. Immer hoch auflösen, ne? Mit dem Weißlichtscanner kann man besonders gut ... 1, 2, 3 ... Mathe ist gut, aber ich glaube, wenn wir jetzt im Video sagen, Mathe gut, ich glaube, dann strecken wir viele Leute ab. Das klingt doch ganz einfach. Ja, im Grunde schon, aber ... äh ... ja. Ja. Wenn du fragst, kannst du hier oben ... Stopp! Wenn Sie mögen? Wenn Sie ... genau. Alles gut. Ich habe ganz nur den Weg zu pehlen. Ja, genau. Wenn Sie nur oben und ich kann ganz nur oben ... Rausschneiden kann man immer machen. Sollen wir das vielleicht mal ... ähm ... abbrechen hier? Auf der Stelle? Perfekt. Natürlich kann ich das. Studiere auch du Digital Humanities in Göttingen. Das macht mir so leid. Das macht mir so leid. Ich wäre so leid ... Ich werde ausschalten so leid ...